Moin Moin Matrosen, herzlich willkommen zu Icarus. Wir spielen im sechsten Beta-Wochenende die Mission mit dem Scanner und sind in der letzten Folge mit dem Scanner auf dem Buckel aufgebrochen zum ersten Ort, an dem wir ja einen Bodenscan durchführen sollen. Und ich bin gespannt, was auf dem Weg dahin so alles passiert. Also was ich halt ziemlich sicher weiß, ist, wenn mir ein Bär begegnet, dann wird er mich auseinandernehmen. Das klang jetzt gerade eher, als ob die hinter mir jaulen, die Wölfe. Die sind gar nicht so verkehrt. Auf den Hase. Das ist der Wolf. Der Hase hat mich entdeckt, der Wolf noch nicht. Dafür ist der Wolf aus meinem Sichtfeld verschwunden. Du hast mich jetzt mal gerade erschreckt. Fahrrad durch ihn. Da ist er. Der war nur Level 10. Das ist er. Wooc. Ingeregt. Was ist ein bisschen. Was ist das? Was ist das? Oh, das ist das? Ich habe mich jetzt immer wieder zu einem. Aber wo aber das ist nie. Ich habe mir nicht sicher, da. Ich habe mich jetzt mal etwas interessiert. Es geht unter anderem. Es geht aus. Und der Wolleck. So, hier links muss das jetzt irgendwo in Schneebium reingehen. Ist das möglich? Und die Höhle? Ja, da oben, komm, ne, die Höhle nehmen wir noch nicht. Wenn, nehmen wir eine weiter. Auf den Pfeil verzichte ich, das waren jetzt 1500 XP. Und das Wissen, dass ein Predator weniger in der Welt ist. Weil ich glaube, das nimmt das Spiel nicht so ernst. Ob ich da jetzt einen mehr oder weniger abschieße. Wenn da unten ein Spawnpunkt ist, wenn ich da nachher lang gehe, dann kann gut sein, dass da wieder einer steht. So, ich bin jetzt hier. Also noch ein Stückchen. Guck, dass du kein Wolf warst. Guck. 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 Das ist eine Ziege. Guck. 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 Ich bin bei K14 oben links im Quadranten. Und jetzt 700 Experience. Achso, ich habe natürlich jetzt wie nur für ein halbes Gramm gedacht, weil jetzt logge ich natürlich den Zellwölfer an. Rabbit? Killer Rabbit, der jetzt in dem Kadaver was frisst. Aber da sind hier keine Wölfe. Oder sie haben keine Lust auf frisches Fleisch. Und jetzt nur ein zweiter Hirsch. Was kraucht hier denn noch rum? Da ist der Wolf. Okay, aber der hat sich jetzt offensichtlich nicht für das Kadaver interessiert. Eigentlich suche ich einen Safe Spot, damit ich... mal auf die Karte schauen kann. K14 K14 Da muss man eigentlich die Seite wechseln und dann auf der anderen Seite entlang gehen. K14 Um rechts ist eine Höhle und links in der Mitte ist eine Höhle. Also da ungefähr wo wir gerade sind. Oh, haben wir uns gegenseitig erschreckt? K14 Nur du mich. K14 Ich meine, da unten könnte die sein. Ja. Ich meine, da war ich irgendwann mal. Da habe ich irgendwann mal gelernt, dass ein Bär einen Felsen hochrennen kann. Ja. Aber so richtig, richtig nach Höhle sieht es ja gar nicht aus. Vielleicht hier unter uns. Ich gehe jetzt zur Not, wenn ich mir das Bein brechen sollte. Holzstockseil. Das kann ich mir nicht herstellen, weil ich kein Seil habe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da unten irgendwo Höhlen sind. Ich bin mir nicht sicher, wie ich da runterkomme, ohne zu sterben. Ich bin mir nicht sicher, wie ich da runterkomme, ohne zu sterben. Hier komme ich runter. Ey, ey, ey. Und? Bein gebrochen? Ne, nur Schaden gekriegt, aber der wird hier langsam wieder. Und? 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 Da ist eine Höhle mit einem Hasen. Wie groß bist du, liebe Höhle? Okay, ultra groß. Hier hinlegen. Das geht. Dafür fehlen mir noch Stöcke. Okay, das heißt, ich muss jetzt hier ein bisschen im Unterholz wüten. Oder auch das eine oder andere Bäumchen vielleicht fehlen. Da fallen auch Stöcke bei ab. Hier macht mir keine Angst, hier macht mir keine Angst. Ich bin ein großer Zerbauter, Mann. Wollt doch so viele wollt. Gut. Gut. Ich hoffe mal, dass ich jetzt genug gesammelt habe. Um da den Eingang auch so schön zuzubauen. Also erstmal das. So. Okay, da steht ja schon arg im Freien. Das könnten wir schon abbrennen, wenn es regnet. Jetzt. Aber gut. Mein eigentliches Zeug baue ich ja weiter nach hier drinnen. Und da gilt es als gescheltert. Ich habe doch Oxid. Ich habe doch Oxid gesammelt. Ah, Scho. Scho. Was ist das? So. Ah, und das hatte ich schon komplett verbraucht. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch Oxid dabei. Aber Artigkeit. Aber irgendwo habe ich noch einen... ...ein Lagerfeuer. Achso, den müssen wir gleich noch aufstellen. So. Na, dann werden wir doch jetzt sehen, ob es uns das Haus zerbrezelt. Zur Sicherheit stelle ich mir mal noch so einen Holzhammer her. Okay. 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 Ja, und ob es uns das Haus zerbrezelt oder nicht, das seht ihr in der nächsten Folge. Für heute danke ich fürs Zuschauen. Lasst gern Abo, Like und Co. da. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Schöne Grüße, der Klami. Ich freue mich, die С Untertitelung des ZDF, 2020